Ming Mu Di Huang Sang, herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin und dieses Wort, was ich jetzt extra in meinem Kurzzeitgedächtnis gespeichert hatte, ist eine chinesische traditionelle Medizin, eine Trinktur im Bereich Augenpulver bei Augenproblematiken. Und dass es das gibt, ist mir neu, dass so etwas wirkt, ist relativ neu für mich, eigentlich eine Faszination überhaupt und das ist auch das Thema und der Inhalt dieser Sendung, Ihnen dieses Thema zu vermitteln, dass es auch hierfür ein Kraut gewachsen hat, die Natur, nämlich für Problematiken im Zusammenhang mit den Augen. Was für Augenleiden, Indikationen und 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 alles darin beinhaltet ist, werde ich gleich mit unserem Facharzt besprechen, der in dieser TCR Medizin zu Hause ist, nämlich der Dieter Hölle. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Und da sind wir wieder und da ist auch mein Gast, der Herr Dieter Hölle. Ganz herzlich willkommen, liebe Dieter. Grüß dich, Alexander. Du hast mein Chinesisch verstanden? Ich habe mein Chinesisch verstanden, ja, diesmal ging es. Aber hast du es wirklich verstanden, oder ging es? Nein, das war tatsächlich dieser Name. Alles gut, alles gut. Wir tauchen in dieses Thema ein und zwar hast du in deinem Buch ganz, ganz viele solche TCR-Mischungen beschrieben. Und das ist jetzt nicht irgendwas Esoterisches oder Spinnerisches oder weiss Gott was, sondern das hat sich über Jahrhunderte hinweg bewährt. Genau. Wie bist du denn auch dieses Augenpulver gestoßen? Ich habe das in einem chinesischen Artikel gelesen, aber auf Englisch. Das war in der Klinik und das lag da rum. Auf Englisch war erstaunt. Ich habe es gelesen und dachte, das finde ich jetzt mal toll, dass es da wirklich was für die Augen gibt. Da habe ich auch nicht damit gerechnet. Inzwischen weiß ich viel mehr noch über die Augen und die Wirksamkeit der TCR-M und die Ursachen für Augenstörungen. Und somit habe ich es in dieses Buch aufgenommen, weil wir haben eher Augenkrankheiten. Es gibt halt gut, es gibt den Katarakt, also es gibt unseren grauen Starr, es gibt unseren grünen Starr und dann gibt es vielleicht noch tränende Augen, entzündete Augen. Makula. Oder Makula Degeneration, dann sind wir schon am Ende. Nur, diese Rezeptur ist es erstaunlich, dass die bei fast allen Augenstörungen wirken. Ich will es nachher noch ein bisschen erläutern, warum. Ich habe das Gefühl, es ist so eine Zivilisationskrankheit aus der digitalisierten Welt. Ja, man ist ja völlig überlastet mit den Augen. Eben, gell. Alle Eindrücke gehen letztendlich, werden auch gefiltert zum Teil. Und darum nimmt auch zu, verschwommen zu sehen. Das ist so wie ein Schwindel der Augen. Es gibt, es nimmt immer mehr zu. Ich hatte kürzlich eine, ich weiß gar nicht, eine Optometristin oder so, was hieß die? Optometristin. Genau, hier, die haben wir unter anderem erklärt, dass das Auge, das Auge muss ja ständig zoomen. Genau. Immer hin und her, scharf stellen. Und es gibt eine Stellung, wo sie total entspannt ist. Das ist der Nullpunkt. Genau. Und das ist der Blick ins Grüne. Ist das interessant? Muss ich noch etwas dazu sagen? Ja, bitte. Ja, bitte. Soll ich sagen? Ja, klar. Mein Qigong-Professor war aus China hier. Wir saßen auf einer wunderschönen Frühlingswiese zum Üben, zum Ratschen. Er sagt, lass mal das Grün auf dich einfließen. Wie toll das für deine Augen ist. Wie die sich entspannen dabei. Der hat von diesen Untersuchern keine Ahnung gehabt. Er hat gesagt, das Grün und die Farbe Grün geht über die Leber. Also, das wirkt auf das Organ Leber und in seiner kinetischen Funktion als heilsam. Die Leber hat die Aufgabe, dass unser Qi harmonisch, also unsere Lebensenergie, harmonisch gleichmäßig fließt. Und nicht mal stockt und mal wieder läuft und mal nichts und harmonisch fließt. Und das ist für uns Entspannung. Für die Leber ist Stress. Da sieht man die ganze Stressrezeptur. Es sind viele Stressrezepturen drin. Für die Leber heißt Stress, dass das Qi ungleichmäßig fließt. Und was sie darum für uns bedeutet, dass wir uns verspannen. Wir vergessen immer, dass unser Nacken sehr stark in den Augen verbunden ist. Wenn wir in den Nacken verspannt sind, lässt auch unser Sehvermögen nach. Und die Augen werden rascher und schneller müde. Und es gibt noch in der chinesischen Medizin, da bin ich erst später drauf gestoßen, einen ganz anderen Aspekt. Es gibt nicht nur die normalen Leitbahnen, wo das Qi fließt. Es gibt auch Bahnen, da fließt hauptsächlich Jing. Jing heißt übersetzt Essenz. Und Essenz ist was, uns suggeriert, dass irgendwas sehr hochkonzentriertes da ähnlich bei den Kompaktaten, also bei den Arzneimitteln. Aber Essenz heißt in der chinesischen Medizin, da ist ganz viel gespeichert in unserem Körper an Wissen, aber auch an Entwicklung. Es ist programmiert im Prinzip schon, wie wir vom Embryo zum Fötus werden, zum Zeugling, zum Kleinkind, zum pubertierenden Menschen, bis zum älteren Menschen, bis zum hohen Alter, bis zum Tod. Und dort steht auch unsere Konstitution drin. Und unter anderem hat das Jing in dem Fließen durch spezielle Kanäle die Aufgabe zu befeuchten und die Energien zu stärken. Es gibt eine Bahn, die beginnt unten so am Knöchel, an der Ferse, an einer speziellen Stelle und zieht nach oben bis zu den Augen. Und wenn die Augen schlecht sind, kann man davon ausgehen, dass diese Bahn auch schlecht fließt. Die Bahn bringt Jing mit, bringt Flüssigkeit mit, bringt sie über die Augen aber auch ins Gehirn. Und es soll sehr stark für die Gehirnfunktionen zuständig sein, also in der chinesischen Lehre. Ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn ich es mit unseren allen Sprachen vergleiche, da sagt man, mit dem sein Hirn ist ja schon völlig vertrocknet. Kennt ihr den Begriff in der Schweiz? Ja, ja, aber auch. Das heißt, der kann immer gut denken. Das Gehirn braucht Feuchtigkeit. Wir wissen inzwischen auch, dass man durch Omega-3 und Omega-Fettsäuren die Demenz verlangsamen kann, die jemalsche Demenz ist. Weil das Gehirn will geölt sein, will befeuchtet sein, will aber auch gekühlt sein, nicht heiß laufen. Und wenn diese Bahnen irritiert sind, da gibt es Augenstörungen, die hier wahrscheinlich alle auch erwähnt sind. Da habe ich es in meinem Gedächtnis noch drin. Ja, ich gehe die auch gleich durch. Und zwar die feuchten, zu feuchten Augen, aber auch die zu trockenen Augen. Dann die rasch müde werden Augen, die beleidigten Augen, die eben gerade ihren Nullpunkt nicht mehr finden. Eben das, um zum Ausgangspunkt zurückzufinden, die Leber, da sagt man China, hat die Augen als Tor. Die Augen sind das Tor zur Leber und es werden ganz viele Augenkrankheiten über einen Leberpunkt, der da unten an der großen Sehne ist, behandelt. Also ich denke, 80% der Augenkrankheiten werden in der chinesischen Medizin über die Leber behandelt, über Lebertherapie. Bei uns ist das kein Thema. Nein. Wir gehen entweder zum Augenarzt, zum Augenoptiker und wenn wir mal ganz viel Glück hätten, eine, wie heißt das, Optometristin oder? Optopistin. Opto. Ja. Optometrist zu finden. Die gibt es ganz viel in Österreich noch. Ach. Als Berufsgruppe auch. Ich habe eine in der Schweiz kennengelernt. Das war nur faszinierend, weil sie uns so Augenübungen gezeigt hat und was man praktisch alles in den Griff kriegen kann, wenn man trainiert. Genau. Aber man muss was tun. Ja. Aber ich sehe auch ganz viele Leute, die mich immer wieder anrufen hier im Studio, weil sie Ängste haben, das Augenlicht wird schwächer. Genau. Der Arzt sagt, in zwei Jahren bin ich blind und, 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 was sollen sie tun? Ja. Und ich habe eben noch nie was gehört, dass die TCM hier eben auch was bietet und man sollte sowas ja auf keinen Fall ausschliessen. Du schreibst hier Symptome eben, Sehstörungen allgemein, verschwommene Seen, Abnahme des Sehvermögens, Glaubchrom, Bindehautentzündung und schmerzhafte Augen. Und bei all diesen Punkten haben wir ein Problem ausgangsgelöst aus der Leber. Ja. Ah. Ja. Das ist ja unfassbar. Also achte auf deine Leber und deine Augen, wird es gut gehen. Ei, ei, ei. Also wird auch eine Leberentgiftung etwas Tolles sein, oder? Es hat zwar nicht den Bezug zur Kinesischmedizin, aber es ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Und genießt du es, genießen Sie es mal im Frühling, wenn dieses zahle Grün kommt im Mai, einfach nur auf der Wiese sitzen und das Grün auf die Augen wirken lassen. Und das Körper, in den Körper hineinfließen lassen sogar. Das ist sowas Wunderschönes. Ich sage das Wellness. Ja, das Wellness. Das Wellness. Hier haben wir Hinweise, genau das schreibst du nach chinesischer Medizinteorie, Nieren- und Leberblutmangel. Ja. Da kenne ich das Wort nicht. Blut, Leber, Blutmangel. Also in der Leber zu wenig Blut. Also die Leber hat Verschiedenes mit dem Blut zu tun. A. Sie hatte die Aufgabe in unserer Medizin, Blut zu produzieren. Aber in der chinesischen Medizin hat die Leber die Aufgabe, Blut zu speichern. Zum Beispiel in Lachs hat die Leber die Aufgabe, das Blut zu speichern, praktisch zur Ruhe zu kommen zu lassen und zu erneuern. Das ist eine uralte chinesische Vorstellung. Dann hat die Leber aber auch noch die Aufgabe, das Blut freizugeben, wenn es benötigt wird. Also wenn ich zum Beispiel Muskelarbeit mache, in dem Muskel brauche ich Blut, ich brauche das Magnesium, ich brauche die Mineralstoffe da drin. Dann hat die Leber die Aufgabe, das Blut wieder freizugeben. Und damit es da hingeführt werden kann, wo es eigentlich hingehört, wo es benötigt oder was gebraucht wird. Regelblutung. Eine Regelblutung ohne eine normale Lebertätigkeit ist in der chinesischen Medizin nicht möglich. Erst wenn die Leber das Blut freigibt, dann kann es zur Blutung kommen. Also viele Regelstörungen, zu viel, zu schmerzhafte, zu gestaute Regelblutungen gehen über die Leber und werden über die Leber behandelt. Ganz oft. Da haben wir auch schon eine Sendung gemacht. Ja, haben wir. Regelblutungen. Die steht, generell ist es ein Ying-Mangel, das heißt, es ist, Yang ist die Wärme und Ying ist die Kühle? Ja. Und umgekehrt? So kann man sagen, ja. Also generell ein Ying-Mangel, also ich brauche was Kühlendes. Ja, genau. Yin hat mehrere Aufgaben, Blut hat mehrere Aufgaben. Beide haben die Aufgaben zu nähren, zu kühlen und zu befeuchten. Das sind die Hauptaufgaben davon. Jetzt gibt es hier eine Teemischung, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Zutaten sind in dieser Teemischung drin. Eins davon kenne ich sogar vom Namen her, Shisandra. Shisandra, Brüchte, das gibt es bei uns oft, ja. In so Nahrungsergänzungsmittel gibt es das oft, ja. Sonst kenne ich da innen gar nichts, was da alles drin steht. Allein bewirkt es gar nichts vor die Augen. Nichts. Über das Gesamtbild oder was, wie immer in der chinesischen Medizin, das Einzelne ist wenig oder gar nichts, nur die Zusammensetzung. Das ist die einzige Fricksalkeit. Aber bis man so eine Zusammensetzung hat, von diesen 10.000, 100.000 verschiedenen Kräuter, Wurzeln, Rinden und so weiter, genau die richtigen zehn zu finden und dann noch die richtige Dosierung zu finden, da staune ich ja nur. Wie das geht, weiß ich auch nicht. Ich kann es nur lesen, kann es ausnutzen, kann es ausprobieren und bewerten. Du hast das schon öfters gemacht bei Patienten, Augenproblematik. Ja, das ist beliebt. Das ist beliebt, ja. Hier steht, man soll das über 14 Tage mal nehmen. Die Tagesdosierung nennt der Apotheker oder der Arzt. Der kann das ausrechnen aufgrund von den Zahlen, die ich da drin habe. Gut, und nach 14 Tagen müsste man eigentlich gewisse Symptomatiker nicht mehr haben, und wenn sie noch da sind, dranbleiben, oder? Ja. Aber man fühlt, dass diese Symptome sich verringern nach dieser Zeit. Genau. Du kennst da noch ein Mittel drin, Fructus lycii. Die ist nicht Litchi, sondern Lycii. Okay. Das sind chinesische Boxhornbeeren. Ah ja, da, richtig. Lycii-Fructus. Also nicht das, was wir essen im China-Restaurant. Hat auch nichts mit Lycii zu tun, oder? Nein, mit Lycii ist Lycii und die sind sehr stark befreuchtend. Ah. Als ich in China war mit einer bekannten Ärztin, da stand vor den Häusern in der Gegend, in den Bergen, da waren lauter so Tüten mit so roten Beeren. Und ich sagte, du, kann man das kaufen, kann man das essen? Ich kenne das nicht. Da sagt sie, ja, das sind Lycii-Beeren, die sind sehr gesund, gelten als extrem gesund. Goji-Beeren heißt es bei uns. Ah ja, Goji. Goji-Beeren sind es im Prinzip. Und die hat empfohlen, wenn du schlechte Augen hast, mach in jeden Tee 10 Beeren hinein. Der süßte Tee, der schmeckt ein bisschen anders dann, schmeckt gut. Oder sie geben es immer in Reis hinein. Sie kochen Reis und geben dann noch 30 Beeren von dem Lycii hinein. Schmeckt sehr gut, ist für die Augen wunderbar, vor allem für die Befeuchtung der Augen. Wir haben das große Problem der Trockenheit der Augen. Aber weißt du, wenn ich mir so überlege, wie willst du mir als Laie erklären, dass wenn ich jetzt einen Tee trinke, plötzlich keine brennenden Augen mehr haben sollte? Das kann ich nicht gut erklären. Ich kann es probieren lassen. Ich kann sagen, probiere es aus und merke es und spüre es. Viele Dinge muss man einfach erleben, bevor man es glaubt. Man braucht ja keine Evidenz, sondern hier geht es wirklich Erfahrungsmedizin über Jahrhunderte hinweg, was sich bewährt hat, sonst würde es sich lieber Lieferungen gar nicht geben. Für den Einzelnen ist doch wichtig, dass es wirkt. Ja. Evidenz passiert hin und her, wenn es bei ihm nichts wirkt, hilft das alles nichts. Ja, und ich meine, letztendlich ist es ja am Versuch wert. Ja, ja. Hier steht noch weiter, und das finde ich auch wichtig, allgemeine Hinweise. Keine heißen oder hitzeerzeugenden Nahrungsmittel, wie zum Beispiel scharfe Gewürze, Alkohol, Kaffee oder scharf angebratenes Fleisch zu sich nehmen. Dafür viel Blut- und Ying-nährende Speisen, wie zum Beispiel gekeimtes Getreibe, Stangensellerie, Birnen, Kirschen, Haferbohnen und Sesam. Ja. Ja, das sind alles wieder Sachen, wo ein Ying bringt. Die wichtigsten Sachen, das zu werden, ist der Stangensellerie und der Sesam. Aber auch so Mundbohnen, das stärkt die Nieren und das Nieren-Yin und wirkt indirekt wieder auf die Augen. Alles, was im Körper austrocknet, sind Hitzeerscheinungen. Hitze macht trocken. Das sieht man im Sommer ganz gut. Oder man sieht es auch im Zimmer, wenn es zu warm ist, dass die Schleimhäute austrocknet, dass der Mund austrocknet und die Augen und die Nase austrocknet. Und es rühren viele Dinge ja von dieser Austrocknung her. Und jetzt kann man eben viel machen, um die Austrocknung zu verhindern. Gerade vor den Augen sind es die Lizzi-Beeren, also die Goji-Beeren. Und vom Essen her, alles Scharfe, alles Hitzige beim Essen. Alles, was sowohl energetisch als auch thermisch heiß macht, kann austrocknen. Als zum Beispiel jemand, der eine trockene, schubige Haut hat, das ist ein Hitzezeichen. Das heisst, der muss vorsichtig sein mit hitzeerzeugenden Nahrungsmitteln. Aber weisst du, das ist ja alles logisch. Ja, es ist so simpel, so simpel logisch. Ja, und trotzdem, so richtig bewusst war ich mir eben diese Art Medizin gar nicht. Obwohl es völlig logisch ist. Ja, eigentlich ist es simpel. Simpel, logisch, einfach. Man muss sie nur richtig einsetzen. Aber ich glaube, ich weiss, warum ich da ein bisschen Schwierigkeiten hatte, diese Logik immer zu sehen. Denn man sagt, gut, jetzt hast du hier Neurodermitis, ein großes Hitzeproblem. Hier ist hier ein örtliches Problem, hat ja nichts mit Essen zu tun. Ja, ja, genau. Und das ist einfach unsere westliche Denkweise. Schau, in China ist es so toll. Da weiss man das, dass Hitze austrocknet. Und da gibt es im Sommer in den, ja, sag ich, Biergärten gibt es ja nicht, aber bei den Lokalen, wo man draußen essen kann, gibt es immer so Wassergläsers. Und da sind Blüten drin, Chrysanthemenblüten. Und da kommt immer jemand, schüttet heißes Wasser drüber. Kann man das trinken? Da muss man wissen, dass Chrysanthemenblüten extrem abkühlend sind. Und die kühlen aber auch die innere Hitze, aber auch die beruhigen das Aufstrengende. Ein wunderbares Mittel bei Bluthochdruck zum Beispiel. Man kann bei Kindern, die den Juckreiz haben, bei Neurodermitis, kann mit dem Tee wunderbare Umschläge machen. Das kühlt natürlich auch lokal. Ich habe mir so eine Teemischung hier mal besorgt, das heißt schon vor zwei Jahren. Da kam ein grosser Virus auf, das die Welt erschüttert hatte und die chinesische Antwort darauf, das hat sich ja ausserordentlich bewährt, war diese Mischung, die dort auch genutzt wurde. Sie hieß Shufeng Shidu, CC08 steht hier drauf. Vielleicht sieht man es hier in der Kamera, das ist eine grosse Flasche und hier hat es ganz, ganz wenig, nur so bis hier. Das ist nicht eine leere Flasche, sondern es ist wirklich die ganze Flasche. Und hier steht auch drauf, die Menge reicht für drei Tage. Das ist jetzt ein sogenanntes Kompaktat. Genau. Wenn ich jetzt das Rohmaterial hätte, zu diesem kleinen bisschen, wie viel werden das? Das kann auf jeden Fall wesentlich viel, viel, viel mehr. Also es ist nur noch das absolute Extrakt, das absolute Minimum, aber hier habe ich pharmazeutische Qualität, hier habe ich den Nachweis. Konzentriert. Ja, hier ist nichts drin, was nicht rein darf. Genau. Und von diesen Massen an Wirkstoffen, die hier auch aufgeführt sind, habe ich hier letztendlich nur noch das, was wirkt. Ja. In der entsprechenden Rezeptur. Und so sieht es dann auch mit dem Augenpulver aus. Ja. Es wird aktiviert durch Fäustigkeit, durch Wasser, durch heißes Wasser und da gibt es eine wesentlich größere Menge. Mit einem halben Liter aus dem kleinen. Ja, hier steht eigentlich drauf, ein Esslöffel auf ein Glas und deshalb ist das für drei Tage gedacht. Genau. Dann war es leer. Genau. Hier habe ich eine andere Mischung für gesunde Menschen ohne Vorerkrankungen. Also das ist wahrscheinlich ein allgemein stärkend. Also für was ist das? Wie heißt das? Ohne Vorerkrankung. Ja, wie das für dir heisst, weiß ich nicht. Das war jetzt aus der einen Apotheke in Deutschland. Okay. Ohne Vorerkrankungen. Also zur Stärkung eines gesunden Menschen. Damit der nicht erkrankt am Virus, hieß es. Ja. Also ich kann mit den Zahlen nicht so viel anfangen. Okay. Die sind nicht gängig in der T10. Also ich habe mir das immer gegönnt die letzten zwei Jahre. Ich habe den geliebt mit dem Fazit, dass bei uns niemand erkrankt war. Sehr schön. Nie, überhaupt nichts. Wir haben es dann allerdings mit Blutwerten nachvollzogen. Wir hatten das alle und zwar dreimal. Aber wir haben nichts gemerkt. Aber die Blutanalysen zeigen, wir hatten die erste Infektion, wir hatten die zweite, wir hatten eine dritte, wir hatten Antikörper schon seit über anderthalb Jahren. Aber nie was gespürt. Also ob das jetzt Zusammenhang hat, weiß ich ja nicht. Kann ich dir gratulieren, du wirst den besten Schutz haben von allen. Viel mehr als ein Geimpfter. Dreimal die Krankheit gehabt zu haben, besseren Schutz gibt es nicht. Tja. Und du warst nie krank, hast kein Symptom gehabt. Nein, nein, nichts. Und wie viele sind denn in der Impfung erkrankt? Ja, das ist jetzt gerade ein böses Thema, was aufgearbeitet wird im Moment, wenn man so in die Presse schaut oder auch an die Universitäten, die jetzt da plötzlich mit Long-Versionen konfrontiert sind und Nebenwirkungen. Das wird noch ein großes Thema sein. Aber ich wollte hier nur ganz kurz einfach mal zeigen, wie das so aussieht. Und das Augenpulver sieht dann auch so aus. Also es ist auch ein Kompaktat. Es sieht genau gleich aus. Es ist ein kleines Granulat. Genau. Mit heißem Wasser mischen und dann kann man es sofort trinken. Genau. Man muss es nicht ziehen lassen. Nein, gar nichts. Oder die Alternative ist, ich besorge mir alle diese entsprechenden Stoffe gemäss dieser Rezeptur hier drin und mache es mir selber. Aber da muss ich es selbst auskochen. Das wird sehr kompliziert, sehr schwierig und mit fraglicher Qualität. Also Finger weg. Das sind deine Rohdrogen, die natürlich oft unsichtbar verunreinigt sind. Man erkennt nicht jeden Schimmelpilz sofort. Den kann man nur durch Feinuntersuchungen erkennen. Also ganz klar, Absagen lieber nicht machen, sondern ab in die Apotheke gehen und sagen, ich brauche dieses Augenpulver. Genau. Ming, Mu, Ding, Huang, Sang. Und wer es sich nicht merken kann, kann man diese Rezeptur auf deiner Homepage, glaube ich, anschauen. Und das alles noch etwas kopieren und am Apotheker schicken. Wir haben versucht, zu jedem Präparat einfach einen Deutsch über Begriff zu nehmen. Und das andere ist dann für die Apotheke, der kann das dann gebrauchen. Wenn ich aber noch weitere Informationen lesen möchte zu diesem Thema, dann bieten das auch gewisse Apotheken schon an. Gewisse Informationen. Ja. Detailliertere Informationen. Genau. Und vor allem kann man an den Apotheken auch die Rezepte gut erfahren. Ein guter Apotheker kann es auch ein bisschen erklären. Gut. Wenn ich jetzt das schon kaufen möchte, so eine Augenrezeptur, gibt es da schon auserwählte Apotheken oder ist das jede Apotheke? Na gut, hier in der Schweiz ist es eben in Zürich die Löwen-Apotheke. Bei uns in Kempner, das wird die größte sein, schätze ich mal, die Kempner Bahnhof-Apotheke. Und dann kann man sich Infos holen über die Rezepturen, über meine Homepage, über www.dieter-hölle.de. Oder man kann es über die Firma, wo die Kompaktate herzut, Kompassan, erfahren, bei welchen Apotheken man das beziehen kann. Also das heißt www.kompassan.de. Danke vielmals. Ich möchte vielleicht noch etwas zusammenfassen. Wir haben jetzt über Augenpulver geredet, selbstverständlich, aber in diesem Buch habe ich noch ganz, ganz viel mehr wertvolle Schätze schon gefunden und auch zu einigen Themen schon Sendungen gemacht. Zum Beispiel über Infektionen, über freie Nase, über Tinnitus, über Regelblutungen oder das Männerpulver aus dem goldenen Schrein. Es ist wirklich so vielen Dingen ein gutes Kraut gewachsen in der Natur und über Jahrhunderte hinweg überliefert. Und unser Gast, Dieter Hölle, hat das zusammengefasst in diesem Buch, wo diese Rezeptoren drin sind, wo man wirklich über Bindehautentzündungen, der Hautmüdigkeiten, über Tremorproblematiken, Gelenkschmerzen, da habe ich gerade Gefühls in Gelenkschmerzen, das sind natürlich auch Apathie, Antriebslosigkeit, das ist ja, wir haben unfassbar vieles Potenzial hier Sendungen zu machen. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, versuchen Sie es einfach mal mit der traditionellen chinesischen Medizin in Ergänzung zu Ihrer bestehenden Medizin. Wägen Sie einfach ab, wenn Sie Medikationen schon haben von Ihrem Arzt, zum Beispiel über erhöhten Blutdruck, dass Sie natürlich nicht eine T-Mischung nehmen, die ebenfalls Blutdrucksenkern ist, das bitte wieder abstimmen mit Ihrem Arzt. Aber warum sollten wir es nicht versuchen, Probleme über eine T-Mischung, über sogenannte Kompaktate in den Griff zu kriegen? Jetzt, wo wir es wissen, jetzt, wo wir mal den Kontakt haben oder den Virus spüren, dass da hinten was steckt, was fundiert ist, dann sollten wir es doch einfach mal versuchen. Und ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Augenproblematiken bei Ihnen sich ebenfalls mildern, verringern oder sogar mit dem Blick ins Gerüse sogar ganz zum Verschwinden bringen. Das wäre ein Segenreichers. Na gut, Blinde wird es nicht zähend machen. Ja, okay, das selbstverständlich. Viele leiden wirklich unter diesem Augenproblem, zum Beispiel müde Augen. Ich habe eine Patientin, die hat lange immer gejammert, ich habe immer so müde Augen, ich kann gar nicht mehr lange lesen, es macht gar keinen Spaß mehr, was zum Lesen. Und vor allem ist es eine große Erleichterung, dass diese Müdigkeit wieder weg ist. Oder andere klagen, mir reiben die Augen immer, es kommt von dieser Trockenheit, von dieser trockenen Bindehautentzündung. Und wenn das befeuchtet wird, und ich empfehle noch ein bisschen mehr Litzi dazu zu nehmen, wie hier, also diese Litzi-Früchte, nicht Litzi, Litzi-I, also diese Goji-Beeren dazu zu nehmen, dann hat man doch eine Möglichkeit, auch eine trockene Haut zu behandeln, trockene Augen zu behandeln. Und das nächste große Problem ist eben auch dieses Verschwommen-Zähnen. Das sind überlastete Augen. Und da hilft es wirklich auch gut. Also die Überlastung der Augen wird dann doch deutlich angenehmer. Und wenn man ein bisschen Diät hält, was jetzt Fernsehen betrifft, Bildschirm betrifft, mit dem Zusammenhang kann man da viel erreichen. Aber wenn ich immer weiter mache, wie ich vorher gelebt habe, wird es auch nur schleppend und langsam gehen. Ja, man sollte es schon ernst nehmen, wenn der Körper schon mal ein Syptom zeigt. Genau. Man kann nicht hoffen, dass der Arzt immer alles allein macht. Das ist beim Essen genau dasselbe. Wenn ich überhaupt nicht mehr aufpasse auf mein Essen und nur noch Süßigkeit, ein fettes Essen, dann kann ich nur so viel Arznei einnehmen. Dann wird meine Verdauung und mein Körper einfach nicht besser werden, sondern schlechter. Nicht verzagen, die tolle Frage. Herzlichen Dank für den Besuch. Danke für diese wertvolle Sendung, für Sie gemacht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hoffentlich haben wir wieder viel Freude Ihnen gemacht. Und wenn Sie die Erfolge haben und berichten wollen darüber, bitte schreiben Sie uns an kontakt.qs24.tv. Ich bin total interessiert. Menschen, die es angewandt haben, Menschen, die Erfolge berichten können über naturheilkundliche Wege, das zu dokumentieren und unseren Zuschauern hinauszutragen, damit sie auch berechtigte Hoffnung haben dürfen, wenn es darum geht, gewisse Symptomatiken wieder loszuwerden. In diesem Sinne alles Gute, viel Erfolg, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.